In diesem Video könnt ihr wieder euer bisheriges Können unter Beweis stellen. Ich gebe euch die Angaben, dann habt ihr die Chance, die Beispiele selbstständig zu lösen. Und anschließend zeige ich euch die Lösung. Bei den ersten beiden Beispielen ist gefragt, welche Rechnung hier grafisch dargestellt ist. Ihr sollt die Rechnung aufschreiben und lösen. Wenn ihr das Beispiel schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stop. Und hier kommt die Lösung. Bei der ersten Rechnung ist gegeben 1 Ganzes plus 2 Neuntel minus 1 Drittel. Hier haben wir wieder unterschiedliche Nenner, deswegen habe ich nun alle Brüche auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und komme so auf das Ergebnis von 8 Neuntel. Das nächste Beispiel zeigt uns 1 Ganzes und 5 Zwölftel minus 8 Zwölftel. Hier haben wir zwar wieder einen gemeinsamen Nenner, nämlich die 12. Allerdings können wir die 8 nicht einfach von dem 5 abziehen. Deswegen unterteilen wir wieder unser Ganzes in 12 gleich große Teile. Das sind dann zusammen mit den 5 Zwölftel 17 Zwölftel. Und nun können wir ganz einfach rechnen, 17 Zwölftel minus 8 Zwölftel sind insgesamt 9 Zwölftel. Beim nächsten Beispiel lautet die Aufgabe, addiere oder subtrahiere, sodass das Ergebnis 1 ist. Das bedeutet, ihr müsst hier zu den Brüchen andere Brüche dazu addieren oder subtrahieren, um auf ein Ganzes zu kommen. Falls ihr das Beispiel schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stop. Und das sind die Lösungen. Beim ersten Beispiel hat man 2 Neuntel dazurechnen müssen. Dadurch kommt man auf 9 Neuntel und das ist ein Ganzes. Beim nächsten Beispiel haben wir 24 Sechstel und wir wollen ja auf insgesamt 6 Sechstel kommen. Deswegen ziehen wir die 18 Sechstel von den 24 ab und kommen so auf das Ergebnis. Beim nächsten Beispiel habe ich die 2 Ganze noch einmal in je 4 gleich große Teile aufgeteilt. Das bedeutet, die 2 Ganze sind 8 Viertel. Diese 8 Viertel mit den 3 Viertel zusammen ergeben die 11 Viertel und um auf das Ergebnis von 4 Viertel zu kommen, zieht man die 7 Viertel ab. Beim nächsten Beispiel müssen wir nur die 13 Fünfzentel dazurechnen, um auf 15 Fünfzentel zu kommen. Und beim letzten Beispiel müssen wir von den 30 Fünfundzwanzigstel 5 Fünfundzwanzigstel abziehen, um auf 25 Fünfundzwanzigstel zu kommen. Das letzte Beispiel lautet, für eine Schokoladentorte benötige ich 1 Viertel Kilogramm Butter für den Teig, 1 Achtel Kilogramm Butter für die Füllung und 2 Sechzehntel Kilogramm Butter für die Glasur. Wie viel Kilogramm Butter brauche ich denn für die Torte? Wenn ihr das Beispiel schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommt die Lösung. Zunächst einmal können wir von dieser Angabe unsere Rechnung aufschreiben. In dem Fall haben wir eine Addition von mehreren Brüchen, die keinen gemeinsamen Nenner haben. Ein gemeinsamer Nenner wäre 16, deswegen habe ich alle Brüche auf Sechzehntel erweitert. Ich habe also die 1 Viertel mit 4 erweitert und die 1 Achtel mit 2 erweitert. Dadurch bekomme ich 4 Sechzehntel Kilogramm plus 2 Sechzehntel Kilogramm plus 2 Sechzehntel Kilogramm. Nun habe ich den gemeinsamen Nenner und kann ganz einfach die Brüche zusammenzielen und komme auf das Ergebnis von 8 Sechzehntel Kilogramm. Wir können diesen Bruch noch umschreiben, indem wir die 8 Sechzehntel durch 8 kürzen und erhalten 1 halben Kilogramm. Das bedeutet, für die Torte brauche ich insgesamt 1 halben Kilo Butter.